Herzlich Willkommen zum Deep Diving Experience Podcast. Dein vertrauensvoller Raum, um tief zu gehen. Ich bin Freddy Independent und gemeinsam tauchen wir heute wieder ab, um über Spiritualität, Psychedelika und Schamanismus zu sprechen und das Wissen über das wundervolle Geschenk, die Heilung deiner Seele, zurück in das Bewusstsein unserer Gesellschaft zu bringen. Also, lass dich inspirieren von der heutigen Deep Diving Experience. Yes, ihr lieben Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode vom Deep Diving Experience Podcast. Ich bin nach wie vor ganz schön viel unterwegs gerade. Ich bin jetzt gerade hier in Frankfurt. Wir haben heute, also ich nehme das gerade hier am Samstag auf, wir haben heute eine wundervolle Zeremonie in einer so nicen Location, wo ich hier gerade einfach auf dem Balkon sitze. Richtig, richtig schön hier. Und ja, wir hatten eine wundervolle Zeit in Amsterdam. Vier absolut magische Zeremonien davon, eine Couple-Ceremony. Couple-Ceremonies sind auch so wundervoll. Wir hatten acht Pärchen da. Das ist echt richtig, richtig schön. So viel Verbundenheit, so viel Liebe auch einfach, was das auch für deine Beziehung einfach verändern kann. Wow, richtig, richtig crazy. Und ja, dazu möchte ich eigentlich gleich sagen, weil ich letztens jetzt ein paar Mal die Frage bekommen habe, ob ihr auch als Pärchen auf eine ganz normale Zeremonie kommen könnt. Yes, definitiv. Und es wird so unglaublich viel verändern. Ich habe gerade heute eine Voice Girl von der Julia, ganz liebe Grüße an dich. Sie war in München bei uns auf der Zeremonie und wollte jetzt mit ihrem Partner zusammen nochmal eine Zeremonie erleben. Und jetzt auf einmal möchte die Eltern von ihrem Partner auch mitkommen. Ich so, wow, ist so schön, das einfach gemeinsam zu erleben. Es ist so unglaublich wertvoll. Und ich weiß, dass viele so dieses Feeling haben, oh, ich möchte unbedingt sofort mit meinem Partner oder mit wem auch immer das erleben. Und oftmals ist es so, dass bei dem einen einfach das Calling stärker da ist. Und was ich dir mitgeben kann, dass du auf gar keinen Fall jetzt irgendwie versuchen solltest, deinen Partner zu überreden oder sagen, hey, komm, let's do it, let's go. Sondern wenn du spürst, dass für dich das Calling da ist, dass du erstmal deinem Calling hinterher gehst, diesem folgst und dann für dich eine wundervolle Erfahrung erlebst. Und dadurch dann, indem du die Dinge integrierst, und genauso war es ja bei mir auch, dass du dadurch dein Umfeld inspirierst, dass du dadurch, ich habe genauso, ich weiß gar nicht, ich kann es ja einfach hier in der Folge auch nochmal erzählen, weil ich habe übrigens für diese Folge noch gar keinen Plan, was ich eigentlich alles erzählen werde, sondern heute wird einfach mal so gefloat, einfach mal so alles, was rauskommt, darf rauskommen und yes, lass uns mal ein bisschen reinflauen. Also was ich dir mitgeben wollte, ist, dass ich damals, ich will es einfach hier nochmal kurz erwähnen, wo ich meine erste Zeremonie erlebt habe, dass ich so überwältigt war und ich so vor zu mir, hey, das ist so krass und das musst du auch erleben und hier und so weiter und so fort und damit habe ich sie quasi überrollt. Ich habe sie so überfahren, es war so, das war einfach viel zu viel für sie. Und das habe ich dann auch erkannt und dachte so, okay, ich halte mal den Ball jetzt etwas flach und ja, macht da gar keinen Stress und jeder geht seinen eigenen Weg und vor allen Dingen auch in seiner eigenen Geschwindigkeit und habe sie dann voll in Ruhe gelassen mit dem Thema, aber natürlich trotzdem, für mich bin ich weitergegangen diesen Weg und war weiter auf dieser Reise unterwegs. Und das Spannende ist halt, dass ich dadurch, dass ich halt mich danach einfach sehr verändert habe, sie sehr inspiriert habe, dadurch, dass sie wirklich gesehen hat, okay, krass, unsere Beziehung hat sich verändert, die Kommunikation zwischen uns hat sich verändert, es waren einfach viele Dinge, die sich verbessert haben und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Grund für sie auch und das, was sie inspiriert hat, offener zu werden für das Thema und auch, dass sie neugierig wurde und irgendwann hat sie sich dem Thema halt gegenüber geöffnet und deshalb, ja, wichtig ist einfach, dass du für dich eine klare Entscheidung triffst und wir können das alles wieder aufs Leben übertragen. Ich werde es immer wieder sagen, weil es auch so ist, und auch allgemein in der Beziehung, unabhängig von Ceremonien, wichtig ist, dass du für dich glücklich bist und dass du dein Ding machst und dann könnt ihr gemeinsam etwas machen, weil oftmals ist es auch so, dass viele sich in der Beziehung einfach komplett verlieren, weil sie sich aufgeben füreinander. Aber es ist so wichtig auch, dass jeder Einzelne für sich einfach seinen Weg geht, sein Ding macht und dann könnt ihr gemeinsam etwas kreieren. Ja, es ist so wichtig, einfach für sich selbst einzustehen und seine Wahrheit zu sprechen. Auch extrem, extrem wichtig. Genau, so viel eigentlich erstmal gerade dazu, das fiel mir gerade mal so ein, das hatte ich einfach gerade so auf dem Herzen. Ansonsten, was diesen Podcast angeht, also wir hatten jetzt ziemlich viele Folgen, auch Solo-Folgen, was auch richtig, richtig schön war, habe ich auch sehr genossen. Wir werden auch wieder wundervolle Gäste in weiteren Folgen dabei haben. Ich habe schon sehr viele richtig wundervolle Gäste wirklich im Kopf und auch schon ein paar Termine, wo wir gemeinsam richtig schöne Folgen für euch wieder aufnehmen werden und ich freue mich einfach mega drauf. Ich merke auf jeden Fall gerade, Leute, kann ich auch ganz offen und ehrlich so sagen, dadurch, dass ich gerade so viel auch unterwegs bin und gerade so viele Zeremonien am Start sind, dass es auf jeden Fall auch eine krasse Challenge für mich ist, tatsächlich zwei Folgen die Woche rauszuhauen. Aber ganz ehrlich, no matter what, es werden zwei Folgen die Woche rauskommen. Das ist einfach so für mich eine Challenge, die ich mir so selbst gesetzt habe und ich freue mich einfach darauf, dass ich das auch so wundervoll hier umsetze und deshalb bin ich einfach mega happy über all das, was hier noch passiert. So, genau, warum ich euch das Ganze jetzt erzähle, ist einfach Folgendes, der Plan ist ja, also mein Plan ist, euch über all die Zeremonien, die ich erlebt habe, einfach zu erzählen, was ich erlebt habe, gespürt habe, gesehen habe, was ich integrieren konnte, was ich verändern konnte und so weiter und so fort. Und es gibt auf jeden Fall noch die ein oder andere Zeremonie, die ich noch erlebt habe. Da werde ich auch noch Folgen zu machen. Nächste Woche, also wenn dieser Podcast rauskommt, also diese Folge kommt ja online Dienstag um 15.15 Uhr und zu dieser Zeit, wenn diese Folge online geht, werde ich genau zu diesem Moment in einer Zeremonie mich befinden. Ich freue mich so sehr darauf. Ich kann es ja hier schon mal, ich glaube, ich habe es auch in den letzten Folgen schon mal so grob angesprochen. Wir werden nämlich am Dienstag in Landsberg in Bayern eine wundervolle Zeremonie haben und zwar für mich eine komplett neue Erfahrung mit einer komplett neuen Medizin oder sogar zwei verschiedenen, die ich beide noch nicht kenne, also noch keine Erfahrung mit dieser Medizin habe. Und zwar wird es einmal San Pedro, Vater San Pedro, der wundervolle Kaktus genau oder auch Mescalin ist genau das Gleiche. Watschuma, it's all the same. Und dann in einer Kombination mit Wilka. Wilka habe ich zuvor, ich hatte gar keinen Plan, was das ist. Ich habe gar keine Ahnung davon. Das ist wohl ein Samen von einem Baum. Also jetzt, ich rede gerade theoretisch darüber, weil ich wirklich nicht, aber das ist so das Ding, ich gebe mich einfach dem hin, habe vollstes Vertrauen und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf mich zukommen wird. Und genau, das Ganze wird am Dienstag stattfinden. Eine Tagesteremonie draußen im Wald, Leute, ich bin so gespannt. Freue mich mega drauf und vor allen Dingen freue ich mich auch darauf, euch davon dann hier zu berichten. bin einfach richtig, richtig super excited. Vor allen Dingen, weil es auch die erste Ceremonie für mich sein wird, wo ich gemeinsam mit Miri zusammen und noch wundervollen weiteren Freunden mal wieder einfach mal die Perspektive mal wechsle. Und zwar nicht in der Form, dass ich eine Ceremonie guide und im Service bin für andere Menschen und für sie da bin, sondern einfach, dass ich mich komplett fallen lassen kann, tief gehen kann. Ich freue mich so sehr darauf. Wow. Genau. Das heißt, das passiert bei mir am Dienstag, wenn du vielleicht diese Folge gerade hörst. Bin ich gerade am Deep Diven. Genau. Also das bedeutet, weitere Folgen werden einfach über weitere Ceremonien auch sein und natürlich auch zu unterschiedlichen Themen einfach. Und da seid ihr jetzt auch so ein bisschen gefragt oder würde ich mich mega freuen, wenn ihr einfach mal mir ein paar Inspirationen zukommen lasst. Was sind eigentlich so Themen, die euch zu diesem ganzen Thema interessieren? Also gebt mir da gerne einfach mal, ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben, ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben und vor allen Dingen, es gibt eine richtig nice Möglichkeit, ihr könnt mir eine Voice-Nachricht zukommen lassen und das könnt ihr gerne machen unterhalb des Videos oder natürlich in den Show Notes. Da findet ihr einen Link und über diesen Link könnt ihr mir eine Sprachnachricht zukommen lassen und dann kann ich diese Sprachnachricht in eine der nächsten Folgen mit integrieren und dann kann ich quasi eure Fragen einfach beantworten und das ist auch ein Format, wo ich mega Bock drauf habe. Einfach stellt mir eure Fragen oder eure Herausforderungen, eure Probleme, egal was, wo ihr gerade einfach Support, Hilfe braucht, weil es sehr wertvoll sein kann, nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen, die diesen Podcast hören und da freue ich mich einfach sehr drauf und ich bin jetzt dabei einfach so ein paar Fragen zu sammeln, also lasst mir gerne einfach eure Voice-Nachrichten zukommen und dann werden wir, ja ich weiß gar nicht, je nachdem wie umfangreich die Frage ist, vielleicht gibt es eine einzelne Podcast-Folge dann dazu oder ich nehme mehrere Fragen in eine Folge, keine Ahnung, das werden wir alles mal sehen, wie es genau ablaufen wird, auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf und deshalb Leute, ja haut mal gerne ein paar Themenvorschläge und Fragen von eurer Seite per Voice-Nachricht rüber oder natürlich auch, wenn ihr das jetzt als Voice-Nachricht nicht fühlt, könnt ihr mir natürlich auch so eine Nachricht schreiben und ich kann natürlich auch so darauf eingehen, aber ich finde es eigentlich ganz geil, das per Voice-Nachricht zu machen. Ja, so sieht es aus, Leute, so sieht es aus und ich sage euch, ich befinde mich gerade so in meinem Leben in so einem schönen, also ich genieße gerade richtig so diesen, diesen Prozess in meinem Leben, in dem ich mich gerade befinde und stelle immer wieder fest, dass alles ein Prozess ist, ja, dass wir alle auf unserem Weg sind und dass du zu jeder Zeit einfach deinen eigenen Prozess einfach so sehr genießen kannst, ja, weil viele haben immer das Gefühl, ja, wenn ich das und das erreicht habe, dann, wenn ich so und so viel Geld verdiene, wenn ich den und den Job mache, wenn ich ein Haus und zwei Kinder und ein Auto und ein Carboard-Garage und dies und das und so weiter und so fort, dann, dann bin ich glücklich, dann habe ich ein geiles Leben, ja, und stell dir selbst noch die Frage, was sind so die Themen, wo du das Gefühl hast, du musst sie unbedingt erreichen, damit du endlich, ah, glückselig, also so, was muss ich sagen, wenn du einfach so glücklich bist, wenn du einfach vollkommen bist und so alles erreicht hast und so, gibt es da was, etwas in deinem Leben und ich erinnere mich daran, dass ich selber, für mich hatte ich so dieses, dieses Feeling so, boah, wenn, wenn meine Schulden weg sind, dann bin ich frei, aber das ist Bullshit, das ist einfach kompletter Bullshit, dieses, und vielleicht hast du es für dich auch schon erlebt, dass du etwas gesagt hast, wenn du, keine Ahnung, deine Schule fertig hast, wenn du deine Ausbildung geschafft hast, wenn du das und das erreicht hast, dann, und dann festzustellen, dass sich gar nicht viel verändert, weil das Ding ist, so, knüpf nicht deine, deine Emotionen, deine Gefühle an, irgendeinen Zustand ran, ja, zum Beispiel jetzt, was ich gesagt habe, wenn die Schulden weg sind, dann bin ich frei, nein, ich kann mich jetzt dazu entscheiden, frei zu sein, weil es immer ein Spiegelbild ist, deine inneren Welt, all das, was du im Außen siehst, so, also, fang nicht an, die Dinge an Verknüpfungen, an Bedingungen zu setzen, und es gab so einen Spruch, den habe ich früher so in der Schule immer schon so oft gesagt und ich habe ihn eigentlich, kennt ihr das, wenn ihr einfach so Sprüche, ihr hört einen Spruch und findet ihn schön und dann, dann sagt ihr den, aber eigentlich fühlt ihr den auch gar nicht richtig, ich weiß, wie ich den oft damals zur Schulzeit gesagt habe und zwar dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, aber genau das ist es einfach und mittlerweile verstehe ich oder fühle ich das Ding einfach immer mehr, weil es nicht darum geht, irgendwo anzukommen, sondern weil es darum geht, diesen Weg, den du gehst, zu diesem Ziel, den zu genießen, weil was oftmals auch passiert, dass wenn du an dem Ziel ankommst, so total dieses, okay krass, jetzt hast du das Ziel erreicht und dann, was ist denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter, da gibt es so krasse Storys auch von, ja, von, beispielsweise in irgendwelchen Sportlern, die die krassesten Sachen, hier beispielsweise Michael Schumacher, ich weiß nicht, wie oft war Weltmeister und noch und noch und noch irgendwann, er hat den krassesten, ich glaube siebenmal Weltmeister oder sonst was, er fängt auf einmal an zu weinen, weil er auf einmal diese Leere gefühlt hat oder Reinhold Messner steigt, macht die krassesten Rekorde, indem er auf irgendwelche hohen Berge steigt und er führt diese Leere auf einmal, als er dieses Ziel erreicht hat, weil es nicht darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern weil es viel mehr um den Prozess an sich geht, einfach um den Weg dahin und diesen Weg zu genießen, weil, wenn du dir überlegst, sagen wir, du bist jetzt gerade an deinem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, du bist jetzt an dem Start und willst jetzt irgendwas Neues starten und irgendwo hast du dein Ziel und jetzt überleg mal, was ist denn die meiste Zeit davon, die meiste Zeit, so ein Prozent ist Start, 98 Prozent ist der Weg und ein Prozent ist sozusagen das Ziel, also so ist es, um es jetzt mal bildlich zu ertragen und deshalb macht es doch gar keinen Sinn, sich einfach nur auf diese, diesen ein Prozent am Ende zu fokussieren und sich darauf zu freuen und zu sagen, okay, darum geht es jetzt, sondern diesen gesamten Prozess einfach nur zu genießen, zu zelebrieren, voller Wertschätzung und Dankbarkeit in diesem Prozess zu sein. Leute, ich sage es euch, ich liebe es mittlerweile, einfach so die Dinge zu kreieren, im Moment zu leben, sich dem Leben zu verschenken, sich hinzugeben, voll im Vertrauen zu sein, weil du ja genau weißt, dass du alles selbst kreierst, dass du dein Leben selbst kreierst. Das bedeutet jede Herausforderung, jedes Problem, was reinkommt, du es als Challenge ansiehst und sagst, yes, nice, let's go. Und wenn du, also ich sage es euch, seitdem ich dieses Feeling so sehr durchzeremoniert auch nochmal mehr spüre, dass ich alles selbst kreiere, es ist einfach so, so easy, so nice, weil es so, egal was passiert, es passiert alles für mich, weil ich es selbst kreiere und ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen, aber das ist so wichtig, meiner Meinung nach, das einfach zu verstehen, weil so viele, ich sehe es immer wieder auch auf den Zeremonien, so viele Teilnehmer fühlen sich irgendwie so, also stehen sich teilweise selbst im Weg und ich kann das voll nachvollziehen, weil ich mir selber voll im Weg stand und es ist halt jetzt so leicht für mich zu sagen, ja, es ist doch voll easy, gib dich dem Leben hin, vertrau einfach und hab keine Angst, weil alles ist gut, du, du kriegst es selbst, aber wenn du es halt noch nicht fühlen kannst, ist es natürlich eine harte Challenge, so, ja, wenn du Dinge nicht kannst und dann sagt jemand, das ist doch ganz einfach, machst du einfach so und so und dann denkst du auch so, ja, okay, für dich ist es jetzt gerade einfach, für mich ist es halt noch nicht so einfach, weil ich es noch nicht erlebt und gespürt habe, weil ich noch nicht die Erfahrung habe und deshalb, es ist auch so wichtig, einfach zu erfahren, ja, keine Angst haben, Fehler zu machen, ja, viele haben Angst, Fehler zu machen, Fehler sind so wertvoll, Fehler ist das mit das Wertvollste, was du machen kannst, warum? Weil du aus diesen Erfahrungen lernst, ein Fehler ist nur eine Erfahrung für dich, wie du die Dinge in Zukunft anders machen kannst, ja, also es ist eine Bereicherung für dich, einen Fehler zu machen, ich habe damals schon immer gesagt, es ist ein großer Vorteil im Leben, die großen Fehler möglichst frühzeitig zu erfahren, um halt einfach immer besser und besser und besser zu werden, um diese Fehler halt später nicht mehr zu machen. Deshalb, hab keine Angst, gib dich hin und fang an, dein Licht zu erkennen, ja, weil wir alle, wir alle, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde, ist hier aus einem ganz bestimmten Grund und jeder hat einen eigenen Grund und jeder Grund ist sowas von individuell, jeder hat dieses, dieses Feuer in sich, dieses Licht in sich, doch die meisten haben es noch gar nicht erkannt. Um euch ein Beispiel zu geben, ist so krass, wie ja auch, ey, boah, allein über dieses Thema könnte ich eine eigene Podcast-Folge machen, wie unser Körper uns ja mit allem Symptomen, allen Krankheiten uns immer nur Zeichen schickt, wo wir genauer hinschauen dürfen. Ein Freund von mir hat zum Beispiel Probleme mit den Augen. Warum? Weil er nicht sieht, was er alles kreiert und erschaffen hat. Er ist super erfolgreich, geiler Dude. Vielleicht gibt es auch eine Podcast-Folge mit ihm, ich werde jetzt seinen Namen noch nicht nennen. Aber er hat so die krassen Sachen schon gemeistert. Aber er sieht es selber gar nicht. Er sagt so, nee, das ist irgendwie, ich sehe das nicht. Deshalb hat er Probleme mit seinen Augen, weil er sich selbst das Zeichen geben möchte, ey, guck doch mal hin, guck doch mal hin, was du alles erschaffen hast. Deshalb tun ihm seine Augen weh. Crazy, oder? Ich habe damals vor, vor diesen Zeronin, ihr hättet mich wirklich, und viele, die mir länger folgen, und auch alte Videos kennen, ihr könnt es bestätigen, ich habe damals immer, 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 immer draußen, wenn es nur ein bisschen hell war, ein bisschen die Sonne geschehen hat, ich habe immer eine Sonnenbrille getragen. Warum? Weil ich sehr lichtempfindlich war. Warum war ich lichtempfindlich? Weil, und jetzt kommt es, weil ich mein eigenes Licht noch nicht gesehen habe. deshalb war ich empfindlich dem Licht gegenüber, hellem Licht der Sonne. Ich habe immer eine Sonnenbrille getragen. Jetzt habe ich mein Licht gefunden, erkannt, ich trage gar keine Sonnenbrille mehr. Ist das nicht crazy? Ey, das ist so spannend, wie jedes Symptom, jede Krankheit, einfach nur ein Zeichen für dich ist. Genauer hinzuschauen, tiefer zu gehen, wirklich die Zeichen noch zu erkennen. Aber wie gesagt, da können wir auch gerne eine Podcast-Folge zu machen, eine eigene. Da werde ich euch auch ein paar Bücher empfehlen, die einfach crazy sind. Das ist so, 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 so spannend, wie einfach alles, 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 alles Zeichen, Zeichen sind alles. Auch im Außen, ja nicht nur dein Körper, sondern auch alles, was du im Außen siehst und wahrnimmst, sind einfach alles Zeichen, die du dir letztendlich selbst gibst. Ja, wenn du irgendwelche Tarot-Karten ziehst und denkst, boah krass, was wir auch in den Zerminen machen, jeder hat die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen und die passt immer eins zu eins on point. Warum? Naja, weil du es ja selbst kreierst und du sowieso alles bist und du genau weißt, wo die richtige Karte ist, die du in dem Moment brauchst, um dir das richtige Zeichen zu geben. Genauso wie mit der Musik in den Zerminien, also als Beispiel in den Zerminien. Auch allgemein immer achte drauf, nimm all das, was du wahrnimmst, was du siehst, was du riechst, was du schmeckst, was du hörst, was du spürst, fühlst. Nimm es wahr, erkenne diese Zeichen. Ja, auch so oft körperlich. In Zerminien habe ich schon so oft erlebt, dass dann irgendwie mein Finger auf irgendeine bestimmte Stelle vor meinem Körper gegangen ist und mir dadurch das Zeichen gegeben hat, so ach krass, wie zum Beispiel Körperbewegungen. All das sind Zeichen. Es ist so, 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 so spannend, das zu erkennen. Ja, und wie du das am besten erkennen kannst, ist halt tatsächlich, also ich sage es euch, Zerminien haben mir so unglaublich dabei geholfen, mich selbst zu erkennen, mich selbst zu erfahren, verschiedene Perspektiven auf all das zu sehen und auch vor allen Dingen die Zusammenhänge zu erkennen, solche Zeichen auch einfach wahrzunehmen, zu erkennen. So wie es auch in einer Podcast, ich glaube, weiß nicht, in dieser einen Podcast-Folge, wo ich von meinen 80.000 Euro Schulden gesprochen habe, wo auch das Zeichen ja von den Spirits mir gegeben wurde, wie ich was im Mund hatte, weil einfach genau das auch zu meinem Licht dazugehört, einfach, ey, mit euch zu kommunizieren, euch was mitzugeben, euch zu inspirieren, mit meiner Stimme, so, einfach, ähm, Menschen zu coachen, ja, in einem Coaching, ähm, Menschen in der Zerminien, zu begleiten und wie oft es einfach so ist, dass mit ein paar wenigen Worten die Teilnehmer auf einmal in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung rein driften und deshalb bin ich so dankbar dafür, dass ich dank Psychedelika, dank, ähm, in dem Fall Magic Mushrooms so sehr mein Licht habe erkennen können und ich möchte eine Sache, die mir gerade noch einfällt, wie gesagt, heute wird einfach so gefloat, alles, was mir gerade hochkommt, teile ich mit euch, ich habe letztens eine Nachricht bekommen auf Instagram von einer, die auch schon sehr viele, ähm, Erfahrungen hat mit den verschiedensten Substanzen und sie folgt mir schon länger und hat es dann gesehen, dass ich jetzt gerade auf Amsterdam irgendwie, ja, innerhalb von, also letztendlich heute ähm, ist jetzt quasi innerhalb von zwei Wochen die fünfte Zeremonie, was natürlich mega viel ist und auch energetisch einfach wuh, wuh, richtig, ähm, ja, richtig heavy auf jeden Fall, auf der anderen Seite genieße ich es einfach so sehr, aber sie hat es halt gesehen, so eine Zeremonie, noch eine Zeremonie, noch eine Zeremonie, noch eine Zeremonie, okay, krass und dann schreibt sie so, hey, ähm, wie sieht es aus, wenn ihr die geidet, nehmt ihr selber auch, ähm, Medicine oder nehmt ihr, sie hat nicht Medicine gesagt, aber so nach Motto, sie hatte, ähm, gefragt, ob wir jedes Mal uns, äh, ob wir auch die Mushrooms nehmen und dann habe ich ihr gesagt, ja, ähm, aber natürlich in einer viel geringeren Dosis als die Teilnehmer, ist ja logisch, ähm, und es geht einfach nur darum, ähm, dass wir uns auch mit der Medizin verbinden, dass wir auch die Frequenz, ähm, des Raumes erhöhen und dass wir uns auch mehr noch mit den, mit den Teilnehmern verbinden und einfach diesen energetischen Raum noch besser uns eintunen und, äh, einfach noch viel mehr da sind und, dann sagt sie, ja, pass auf und so, ähm, das kann auch ganz gefährlich ausgehen, dass man da nicht mehr rauskommt und so weiter und so fort und sie hat ja auch total die negativen und schlechten Erfahrungen und habe ich ihr gesagt, ich sag, weißt du was, wovon du sprichst, weil sie hat auch das Wort Drogen in den Mund genommen, ich sagte, du hast Drogenerfahrung, wir arbeiten mit Medizin und meint sie, ach so, sind das andere Pilze und, äh, ach so, das wusste ich nicht, ich sag, nein, 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 die Substanz ist die gleiche, aber, was viel wichtiger ist, ist die Intention dahinter, ja, und all diejenigen, die vielleicht mal auf einer Zeremonie waren und dann beispielsweise, ähm, gesagt haben, okay, sie probieren das jetzt Ganze auch nochmal aus, werden mich jetzt genau fühlen, weil es ist komplett was anderes, ja, set and setting, es ist einfach etwas völlig anderes und deshalb kannst du das gar nicht miteinander vergleichen, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, ähm, die du jetzt einfach so erlebt hast und sie meinte so, ja, warum, ähm, soll das jetzt was anderes sein, wenn ich jetzt einfach mich mit ein paar Leuten zusammensetze in der Gruppe und dann das nehme, und dann ist es, ich sage, ey, das ist ja immer noch nicht das Gleiche, es ist ja nicht so, dass wir ein paar Leute in einer Gruppe sind und wir setzen uns zusammen und sagen, okay, let's go, sondern es gehört viel mehr dazu, diesen, diesen Raum, den wir ja kreieren, schon bevor die Teilen, jetzt hier, also jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt diesen Podcast auf, wir werden gleich den Raum vorbereiten, alles an, an, an Lebensmitteln, an Früchten, Obst, Nüssen kaufen, Wasser kaufen, die Yogamatten ready machen, alles ausräuchern, wir werden, bevor die Teilnehmer kommen, zusammen meditieren und so weiter und so fort und all das passiert, bevor irgendein Teilnehmer da ist und was ich schon oft gehört habe von den Teilnehmern, sobald sie in den Raum mit treten, haben sie schon das Gefühl so, boah, crazy, was passiert hier gerade, das ist einfach so, alles ist Energie und ja, das wollte ich einfach in dem Sinne kurz mal angesprochen haben, dass es halt nichts damit zu tun hat, dass wir hier Drogen nehmen und auf irgendeine Veränderung hoffen und jetzt unser Leben verbessern und verändern, sondern das ist halt wirklich etwas sehr, sehr, sehr tiefgreifendes ist, wie wir tief ja, an unserem Unterbewusstsein arbeiten und uns selbst erfahren und selbst erkennen dürfen und es ist einfach so unglaublich wundervoll, eine wundervolle Möglichkeit, die natürlich auch nicht für jeden was ist und viele einfach noch nicht bereit dafür sind und das ist absolut okay, denn jeder geht seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo und deshalb mach dich nicht verrückt, was all die anderen sagen und all die anderen machen, auch genau andersrum, wenn du jetzt derjenige bist, der sagt, ey, ich fühle das total, aber mein Umfeld fühlt das keiner, okay, aber stell dir selbst die Frage, für wen machst du das? Machst du das für dich selbst oder machst du das für die anderen? Ja, das ist die Frage. Ja, heute kommt eine Teilnehmerin, die ist 20 Jahre und sie war die letzten Tage super verunsichert, ob sie daran teilnehmen soll oder nicht und haben wir miteinander gesprochen und sie meinte auch, sie hat sich voll verunsichern lassen von dem Umfeld, weil sie noch relativ jung ist und keiner das in dem Umfeld macht. Ich sage, ja, aber es hat einen Grund, warum du hier darauf aufmerksam geworden bist, warum du für dich diesen Weg gehen möchtest und deshalb vertraue darauf und vergleiche dich nicht mit anderen in deinem Umfeld, was die machen, sondern du gehst den Weg für dich, nicht für die anderen. Allgemein in deinem Leben, das hat auch wieder nichts mit Zeremonien an sich zu tun, sondern stell dir immer die Frage, für wen machst du das gerade? Machst du das für dich oder für die anderen? Machst du die Dinge nicht, weil sie anderen Menschen nicht gefallen oder stehst du für dich selbst ein? Weil du sagst, ey, ich, ich ganz allein, auch wenn du Familie hast, verlier dich nicht so, kommuniziere dich, sag mal, hey, ich möchte unbedingt jetzt mal einen Tag einfach mein Ding machen und natürlich wäre es nice, dann auch deinem Partner das auch zu ermöglichen, aber das ist so wichtig, so wichtig, ja, denn wirklich was, worauf hast du Bock, was, wo bist du so richtig, boah, wo merkst du so eine positive Anspannung, dass du denkst, ja, Mann, da habe ich Bock drauf, das will ich, das fühle ich, let's go, mach was für dich, weil dieses Leben, es ist dein Leben, du lebst dieses Leben für dich und nicht für die anderen, das ist so unglaublich wichtig und ich denke, mit diesen wundervollen Worten können wir den Podcast für heute beenden, wir werden jetzt hier die wundervolle Location vorbereiten, ich freue mich auf eine magische Zeremonie, die wir heute hier erleben werden und dann freue ich mich noch mehr auf die Zeremonie, die ich selber erfahren werde, am Dienstag, wenn der Podcast rauskommt, ja, vielleicht in der nächsten Folge, ich weiß noch gar nicht, nee, in der nächsten wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht in der nächsten werde ich wahrscheinlich, auf jeden Fall, in der nächsten werde ich auf jeden Fall davon berichten, ich bin super gespannt, deshalb schalte ich auch nächstes Mal wieder mit ein und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, much love to you, all the best and goodbye. Vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben. Wenn der heutige Podcast etwas in dir bewegt hat, dann teile diese Folge in deiner Insta-Story, bewerte den Podcast oder schreibe einen Kommentar auf YouTube. Denk daran, diesen Podcast zu abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.